Ach, ist das schön, auf den Bären zu reiten. Ist auch angenehmer als auf dem Mammut tatsächlich. Weil ein Mammut ist noch ein bisschen plumper. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie... Warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Nein, 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 so war es nicht so. Da ist das. Ach ja, dann sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, wenn wir einmal so außen rum reiten. Ja, machen wir. Hups, ist gebongt. So. Autsch. Oh verdammt, wir prellen dem Bär noch irgendwas. Wenn ja helfen, Verteidigung geht nicht. Okay, schade. Das ist aber schade, dass das nicht geht. Rotblatt. Rotblatt mitnehmen. Geht auch viel schneller mit der Mitnahme dann. Das finde ich echt cool. Steinmutterlager. Okay, achso, es geht nicht mit der Eule jetzt hier. Aber da sind eindeutig... Eine Menge Leute. Zumindest klingt es so. Da. Wollen wir einfach mal angreifen? Finde ich eine gute Idee. Oh, da hat die Eule jemanden gekillt. Sowas. Ist aber auch ärgerlich. Jetzt haben wir natürlich 60 Sekunden oder ist Abklingzeit oder sind es nur 80? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich würde hier gerne noch mehr Eulen schicken. Oder sehe ich hier? Warte mal. Moment. Ah, das ist... Okay, das ist ein guter. Ähm, ich glaube, wir brauchen mal unseren Höhenlöwen. Der ist ein bisschen flinker und geschickter, finde ich, bei sowas. Okay, wir müssen erst mal runter. Achso, die klettert einfach so runter. Auch schön. Von hier aus kann man schon ganz gut was machen. So, haha. Mist, aber das kann ich nicht machen. Schade. Schade, schade. Ah, da kommt aber meine... Meine Bestie ist da. Jetzt gucken wir mal da. Und der Nächsten. Oh, ja. Oh, Bombe. Du musst erst die Bombe erledigen. Schade, der ist außer Reichweite. Da, da, da. Dann nimm den. Und dann, äh... Musst du wahrscheinlich erst mal zurück. Sind das auch... Oder... Ne, das sind die Guten. Okay. Bestienkill. Doch, das schafft er. Locker. Ich brauche gar nichts zu machen. Ey, das ist so super, wenn man die Bestie schicken kann. Das bringt richtig Spaß. Obwohl ich nicht mal richtig zuschauen kann, aber... Es ist echt angenehm. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier rüberkomme. Ist hier noch irgendwas? Nicht so wirklich. Okay. Ähm... Da, 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 da. Oha. Den habe ich ja total... ...übersehen. Ja, du greifst den Süchtigen an. Wunderbar. Höhlendöwe. Oh, ich liebe den Höhlendöwen. Okay. Der ist auch schon mal hin. Perfekt. Jetzt muss ich nur gucken, wie komme ich hier weiter? Ich bin irgendwie ganz schön aufgeschmissen hier so. Gucken wir nochmal, was die Eule so erzählt. Oder zu erzählen hat, besser gesagt. Ob wir unsere Freunde noch aus der Ferne beschützen können. Ich sehe jetzt zumindest... ...niemand mehr. Aber ich höre doch noch welche. Guck mal, die sehen auch schon wieder so aus, als wenn sie angreifen. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu weit weg. Oder sie seien einfach nur so ein bisschen panisch rum. Das könnte auch sein. Oh, mir wird kalt auch, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen uns dann doch mal auf den Weg machen. Ja, aber wie komme ich hier runter? Das ist die Frage. Ah, wir schlittern einfach. Oh, was ist denn das? Wieso sind wir hier so giftig? Verdammt, das war voller Gift hier. Was ist das denn? Das hat die ganze Zeit jetzt so gut geklappt. Und jetzt sind wir tatsächlich gestorben, weil... ...da anscheinend alles voller Gift war. Das ist natürlich doof. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hartholz. Ja, entzünden wir mal. Das ist okay. Ähm, da geht's lang. Okay. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie man hier runterkommt. Das ist so ein bisschen das... Vielleicht von hier aus. Gleich mal... Das ist ein Rotblatt. Ach, die blöden Mammuts. Bist du ein Freund? Ja. Das ist ein Freund. Hi. Kommst du mit ins Tor? Okay, weiter geht's. Nordsee, da nehmen wir auch mit. Wunderbar. Ah, jetzt müssen wir wieder den ganzen... Gehen wir mal hier lang diesmal. Ja, wir sind auf dem Bär geritten vorhin. Stimmt. So war das. Okay, nochmal. Theoretisch haben wir den Posten schon... Das war ja nicht so ein richtiger Posten. Aber eigentlich haben wir das ja schon eingenommen. Oder vielleicht war es auch ein Venya-Ereignis. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und eigentlich müsste uns vom Laufen warm werden. So, jetzt können wir tatsächlich hier runter. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein wegen dem Gift. Ach, Kätzchen, warte mal. Ich sollte dich vielleicht mal heilen. Genau. Ess mal ein bisschen was. Oder ist hier irgendwo so fallenmäßig was? Ah, da sind noch welche. Da ist noch einer. Gehen wir den erst. Vielleicht war da auch einfach nur jemand mit der Bombe. Also mit dieser Giftbombe. Das kann natürlich auch sein. Na, von hier aus darf ich natürlich nicht. Ich glaube, das sind aber auch schon alle dann. Hast du fein gemacht. Da muss ich dich aber auch wieder heilen. Weil die ziehen hier echt ganz schön viel Leben ab. Hier kann ich mich nochmal aufwärmen. Ach, wie schön. So, was gibt es hier? Oh, total dunkel hier. Da sehe ich überhaupt nichts. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Warte, hier ist noch so ein Ding da. Das machen wir mal kaputt. Und zerbrechen. So. Wollen wir nicht haben. Falls da noch jemand kommt, da soll keine Hilfe gerufen werden. Oh, Rotblatt ist hier irgendwo. Wo denn? Hier drinnen? Ach, da. Da wächst das einfach so. Mensch. Ach, ist bereits voll. Okay. Dann haben wir richtig gut eingesammelt. Ähm. Was ist denn jetzt das nächste Ziel? Jetzt haben wir das hier gefunden. Der hat noch ein unbekannte Ort. Ach, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so in Richtung da hin. Und gucken mal, was uns so erwartet. Ach, guck mal hier. Doch, hier ist das Gift. Da bin ich reingefallen. Okay. Wo kommt denn das her? Da können wir auf jeden Fall nicht lang gehen. Oh nein. Nein. Wer kommt denn da? Oh, oh. Scheiße, Mann. Und schon sind meine Venya-Freunde wieder tot. Nur weil da so ein blöder Bär kam. Ich glaub's ja nicht. Wir müssen auch noch in die Richtung. In den Po. Oh, auch noch daneben. Oder hätt's nicht gemerkt. Vielleicht hat er einen Stahlpopo. Wow, sind die mega, die Keulen, ey. Ich bin sowas von begeistert davon. Jetzt haben wir mal ein bisschen Bärenfell. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Ich hätte den natürlich auch zähmen können. Aber wir haben ja schon einen. Bären, deswegen ist es wahrscheinlich nicht ganz so. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Ganz genau. Oh, ich muss unbedingt mehr Keulen machen. Die sind ja super spitzenklasse. Ähm, wie komm ich denn da jetzt hin? Wir hüpfen einfach mal. Ach, schaff ich das hier hoch zu hüpfen? Ja, aber da oben komm ich natürlich nicht hin. Aber hier könnte so ein Pfad hoch sein. Das sieht doch ganz gut aus. Bis jetzt zumindest. Ah, okay. Das sieht jetzt wieder nicht so gut aus. Gibt es ja nicht irgendwo? Nee. Nicht so richtig, ne? Kein richtiger Weg hoch. Da kommen wir doch bestimmt auch nicht hoch. Viel zu steil. Na komm schon. Nee, das schaffen wir nicht. Okay, dann irgendwo von unten. Moment. Ich muss mir doch mal die Karte angucken. Oh ja, das Dunkle sind alles die Berge. Das heißt, ich muss echt voll außenrum gehen. Aber volle Kanne außenrum. Und dann hier irgendwie so mitten rein. Ähm, da reiten wir doch mal auf einen Bär, würde ich sagen. Na, wo ist er denn? Wo bleibt denn mein braunen Bär? Oh, da ist doch schon wieder irgendwas nicht so Gutes. Ein Bär, der einen Bär getötet hat. Der läuft weg. Lassen wir ihn lieber weglaufen. So. Okay. Los geht's. Oh. Ach doch, das schaffst du. So steil ist das gar nicht. Einmal außenrum. Mit dem Bär sind wir natürlich viel schneller. Das ist super. Aber trotzdem wird uns recht kalt. Ist noch ein Rotblatt. Ach nee, wir sind ja voll mit Rotblättern. Dann bringt das ja gar nichts, wenn ich da... Warte mal. Ja, ist eigentlich egal. Wir können auch hier außenrum gehen. Müssen wir auf das Mammut aufpassen. Die Mammuts. Oh, das ist echt mega auf den Bären zu reiten. Gefällt mir richtig gut. Geht alles viel einfacher. Okay, wir müssen trotzdem... Ja, jetzt ist natürlich die Frage... Wie kommen wir hier hoch? Da oben. Absitzen. Danke, mein Freund. Der Bär. Okay, hoch geht's. Oh, es ist aber echt... Ganz schön gefährlich, was da mein... Bis zum nächsten Punkt. Ganz schön gefährlich, was er da macht. Der gute Taka. Puh, hier fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Okay. Weiter hoch. Bollwerk. Okay, Bollwerk haben wir schon mal entdeckt. Gucken wir mal. Lassen wir mal die Eule vor. Es ist viel zu still gerade. Und hier... -